Die Spuren gehen in Richtung Käpt'n Fritze. Ich weiß nicht, ob sie den kennen. Nicht, kenne ich nicht. Oh, dass wenn wir finden, dieses Schlingel wirklich, wo klaut einfach Salami. Ja. Das ist doch nicht mehr normal. Was ist los hier in dieser Stadt? Ich frage mich tatsächlich. Oh, mal links steht mein Auto, der Pinkel. Siehst du den? Oh, wirklich deine? Ja, das ist meine. Oh, hast du Mordel gestanden für die Pinosau-Seite? Ja, das war vor zwei Jahren ungefähr. Oh, vor zwei Jahren. Was passiert mit dich? Wie, was passiert mit mir? Oh, warte mal. Mein Handy muss ich mal auf... Attention, please? War das wegen mir? Doch, aber wenn das vor zwei Jahren, da saßt du irgendwie noch ein bisschen überleidigend sein, aber da warst du noch irgendwie schlank, Herr. Was passiert in diesen zwei Jahren? Ich hab ein bisschen was gegessen. Melanie, wie geht's dir? Hallo, Herr Hähnchen. Hähnchen Müller, ja, genau. Hähnchen Müller. Olga, kennst du den Hähnchen Müller? Ja, das ist meine Ex-Mann. Ach, das ist die hübsche Frau, von der du immer erzählst? Ja, genau, ja. Ja, ja. Hähnchen Müller, machen Sie bitte. Bei mir würde Adrenalin-Gras ganz hoch. Warum? Ja. Hähnchen Müller, schafft das nicht. Gute Frau mit dem grauen T-Shirt und... Ja, bitte. ... und Schuhen. Mein Name ist Gerrit Marx. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin Melanie. Melanie Kowalski. Oh, was für ein schöner Name. Ja, aus Spanien. Aus Spanien? Das liebe ich. Ich war oft in Spanien. Ja. Wie Sie waren oft bei mir. Sie sind ja eine richtige Rassefrau. Ja, danke. Sie hören sich auch noch einen richtigen Rasseltyp an. Oh, ja. Sie steht auf Rodeo. Oh Gott, wie nir. Schauen Sie mal, sehen Sie mein Tattoo auf dem Arm? Das ist eine Salami-Pizza. So wie ich es am liebsten mag. Mögen Sie auch Salami-Pizza? Jetzt sagen Sie nicht, Sie lieben auch Salami-Pizza. Ich liebe Salami-Pizza, Frau Melanie. Ich liebe auch Salami-Pizza, nur mir wird die Salami geklaut. Mit der Stimme. Warum? Oh Gott, Herr Machen. Sie hören sich ganz erregt an. Viel spät. Frau Melanie. Ja? Hätten Sie vielleicht Lust, heute Abend nicht mehr mal Pizza zu essen? Da würde ich nicht Nein sagen. Haben Sie denn Pizza mit Salami? Pizza mit Salami habe ich alles. Weil hier gibt es an jeder Scheiß-Tankstelle nur normale Pizza zu kaufen. Pizza sozial an. Ich würde mir auch Frau Melanie befehlen auffahren. Alles. Sie bekommen alles, was sie essen wollen. All you can eat? All you can eat for all. Flatbait essen richtig. Oh, ich werde schon ganz feucht unter den Armen. Dann bringen Sie Mehl mit. Wieso soll ich denn Mehl mitbringen? Das wird umbacken. Ja, so. Papa hat das früher immer gemacht, um die feuchte Stelle zu finden. Kennen Sie das Problem? Warum lachen Sie denn jetzt alle so? Ich habe nur eine feuchte Stelle neben den Katzen geflogen, Melanie. Oh, mir wird schon wieder ganz warm. Zum Glück habe ich heute Morgen zwei Flaschen Deo draufgehauen. Gucken Sie mal. Oh, jetzt sind Sie wieder runtergefallen. Oh, könntest du noch meine Arme anheben, Frau Melanie? Bitte. Ich bin aber nur gekämmt. Oh, das sieht... Oh, Natur. Ich habe eine Fliege im Auge. Wie, Sie haben eine Fliege im Auge? Ja, es kam zu feucht im Auge. Aber, Hähnchen Müller, warum ist es denn so feucht bei Ihnen? Oh, ups. Frau Melanie, dürftest du was fragen? Ja. Sind Sie schon in festen Händen? Ich meine, man muss bei Ihnen richtig feste Hände sein. Gucken Sie sich meine Pranken mal an. Wie alt sind Sie denn überhaupt? 46, Frau Melanie. Viel zu jung, leider. Nee, ich habe mich verstanden. 64, Frau Melanie. Ich habe einen Zahldreher. Das hört sich schon besser an. Das ist gut. Haben Sie denn noch eine längere Lebenserwartung, oder wie sieht das aus? Frau Melanie, eigentlich nicht. Ich wollte meinen Lebensabend, die letzten Wochen, Monate, die ich habe, noch mit einer Frau verbringen, die mir Herz schenken kann. Ich kann Ihnen sogar noch mehr schenken als nur mein Herz. Ja, das sehe ich sogar. Mir wurde letztens noch gesagt, ich sehe aus wie Claudia Schiffer. Ja, da haben Sie, Sie sind nah dran, Frau Melanie. Ja, 90, 60, 90 und das andere Bein auch, ja. Warum lachten die Frau Olga auf einmal so? Nee, die Olga, die ist nicht gut drauf. Ich hätte auch gerne so hochhackige Schuhe, aber mir brichte mal... Olga, 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 halte ich bitte zu... Frau Melanie, ich muss sie aufklären. Das ist eine von meinen Töchtern. Das ist die Olga. Oh, so eine hübsche Tochter haben sie. Wer weiß, man weiß ja nicht, was Jottes Wille ist. Vielleicht sprichst du mit deiner zukünftigen Schwiegermutter. Was? Schwiegermutter, Stiefmutter? Oder Stiefmutter. Oh Gott. Die Sonne scheint heute heiß. Kannst du denn eigentlich gut kochen? Ich koche Ihnen alles. Ich koche vor allen Dingen innerlich gerade. Warum? Ich war letztens im Gefängnis... Ich war letztens hier im Polizeipräsidium. Und da wollte ich mir extra so eine Gefängnisgittertür holen. Also für ein Abendessen. Ich wollte zwei Schweine braten. Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Die haben mir... Spanfärgel? Ja, die haben mir noch immer nicht weiterhelfen können. Die haben mir das Ding nicht geliefert. Frag doch mal den Mangold da oben. Ja, nee, die haben nur so rostiges. Ich mag keine Rösteroben. Da passt ne halbe Sau drauf. Ja, ne halbe reicht nicht. Ich wollte zwei direkt grillen. Deswegen wollte ich doch ne Gefängnisgittertür haben.